Ich zeige dir einen geheimen Subway-Servers-Trick. Dafür musst du gegen einfache einen Schug versuchen. Ich versuche mal eins zu finden. Dann musst du dagegen springen und in dem Moment musst du auf Pause drücken, verlassen. Denn erst muss man ja eben noch anwachen, dann muss man auch spielen und dann ist man unsichtbar.